Und nun zu einem Thema, welches derzeit diskutiert wurde in Eisenhüttenstadt. Es geht ums Krankenhaus Eisenhüttenstadt, genauer gesagt um den Geschäftsführer Till Frohne. Und zwar war es ja derzeit wirklich bekannt, dass es ja kompliziert ist mit dem Verhältnis zwischen Bürgermeister Balzer und dem Krankenhauschef Till Frohne. Es steht nicht zum Betzen. Warum wir uns jetzt erst melden zu diesem Thema, das existiert ja schon einige Zeit länger, müssen wir einfach nur sagen, wir sind kein Boulevard TV oder eine Boulevard Zeitung, die irgendwelche Informationen in den Raum streut, die nicht bestätigt sind. Wir haben tatsächlich erst einmal recherchiert und wollten wissen, was denn alles so mit dem Thema verbunden ist. Und da gab es ja gestern erst die Informationsveranstaltung des Aufsichtsrates der Stadt Eisenhüttenstadt mit dem Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Man hat sich ja bereits auf das Auflaufen eines Geschäftsführervertrages zum Jahresende verständigt, und zwar die Stadt und der Aufsichtsrat gemeinsam mit Till Frohne. Und nun gab es eben tatsächlich jetzt die Notbremse, und zwar vom Bürgermeister persönlich. Das Vertrauensverhältnis sei gestört, heißt es, aus welchem Grund auch immer. Näheres soll es dazu aber erst am Freitag in einer offiziellen Stellungnahme der Stadt des Bürgermeisters geben. Da werden wir natürlich auch noch darüber informieren. Aber die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen eben tatsächlich überschlagen. Bürgermeister Frank Balzer hat den Krankenhauschef mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der Bürgermeister als Vertreter des Gesellschafts, also der Stadt Eisenhüttenstadt, hat durchaus die Befugnis dazu, ohne einen Beschluss des Aufsichtsrates abzuwarten. Dieser wurde ja, wie schon erwähnt, vom Bürgermeister am Mittwoch informiert. Und mit dabei war auch der ärztliche Leiter des Krankenhauses und die Arbeitnehmervertreter. Donnerstag Vormittag wurde auch die Belegschaft des Krankenhauses in einer Versammlung informiert. Wie geht es nun weiter im Krankenhaus Eisenhüttenstadt? In zwei Wochen wird es eine Aufsichtsratssitzung geben. Diese hat ja noch nicht stattgefunden. Also können ja auch noch keine Entscheidungen getroffen worden sein. Noch ist nicht klar, was der Aufsichtsrat beschließen wird. Die Urlaubung mit vollem Geschäftsführergehalt für Tilfrohne und die kommissarische Übernahme des Geschäfts, oder Geschäftsführung durch den derzeitigen Verwaltungschef des Krankenhauses, ist natürlich höchst wahrscheinlich. Die Ausschreibung der Geschäftsführerstelle ist ja bereits erfolgt und am 31. März schon abgelaufen. Und nach ersten Informationen gab es so circa zehn Bewerbungen, die das Krankenhaus Eisenhüttenstadt zukünftig leiten wollen. Auf Nachfrage von OSF, warum diese schnelle Freistellung von Tilfrohne erfolgte, gab es keine Erklärung, nur noch mal der Hinweis auf die Stellungnahme am Freitag.